Sie sind hier, 29. Oktober 2018 Update um 20.39 Uhr, von Sport-Informationsdienst, Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Ike Nimes Sankt. Brown, L., von den Green Bay Packers spielt seine erste Saison in der NFL-Urheberrecht Getty Images Update Die Los Angeles Rams feiern den nächsten Sieg in der NFL. Ike Nimes Sankt. Brown fängt bei der Niederlage der Green Bay Packers erneut zwei Pässe. Die Los Angeles Rams bleiben in der NFL ungeschlagen. Gegen den viermaligen Superbowl-Sieger Green Bay Packers mit der deutschen Hoffnung Ike Nimes Sankt. Brown gewannen die Rams mit 29 zu 27, der 22 Jahre alte Rookie Sankt. Brown wurde zweimal von Green Bay's Star-Quarterback Aaron Rodgers in Szene gesetzt. Im ersten Viertel fing der White Receiver einen sehenswerten 23-Jahr-Pass, bei dem Rams-Linnebaker Markus Peters nur hinterher schauen konnte. Im dritten Durchgang kam ein kurzes Anspiel über 8 Yards bei ihm an Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern. Hier geht es zum Shop-Rams-Offense mit Schwierigkeiten. Die Offense der Rams hatte enorme Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Erst zum vierten Mal in dieser Saison gelang kein einziger Punkt in einem Viertel. Mitte des dritten Abschnitts kam das Team aus Kalifornien dann aber so richtig in Fahrt. Zwei Touchdowns in weniger als sechs Minuten verwandelten den Fünf-Punkte-Rückstand in eine Zehn-Punkte-Führung. Tabellen der NFL, doch die Packers gaben nicht auf. Angeführt von Spielmacher Rodgers drehte die Franchise aus Wisconsin mit zwei weiteren Touchdowns das Spiel. In der Schlussphase wurde es dramatisch. Nach einem Field-Goal von Greg zu Erlein übernahmen die Rams im heimischen Stadion mit nur zwei Punkten Vorsprung die Führung. Dann folgte die wohl folgenreichste Fehlentscheidung des Spiels. Mit noch knapp zwei Minuten Spielzeit entschied sich Packers Running-Buck T.Y. Montgomery den Kick-Off der Rams aus der Endzone zu tragen, anstatt abzuknien. Der 25-Jährige fambelte und nahm Rodgers jede Chance auf einen letzten Drive. Anzeige, die NFL bei der ZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Die Los Angeles Rams sind mit acht Siegen aus den ersten acht Spielen das einzige noch ungeschlagene Team in der NFL. Für die Rams ist es der beste Saisonstart seit 1969 von Sport-Informationsdienst. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär Mehr